Und nun die Meldungen des Tages. Die erste Nachricht betrifft die Asylbewerberstelle hier in Eisenhüttenstadt. Wir schauen mal rein, was sich da ändern wird. Und zwar in Abstimmung mit dem Bürgermeister von Eisenhüttenstadt und dem Leiter der zentralen Asylbewerberstelle in Eisenhüttenstadt. Da gibt es darum, dass die Flüchtlinge, die im AWO-Wohnheim in der Karl-Marx-Straße untergebracht sind, die sollen umgesiedelt werden. Und zwar in die ZABH direkt. Auf dem Gelände werden nämlich demnächst zusätzlich Container aufgestellt und damit Platz für die Asylbewerber geschaffen. Eine Erhöhung der Flüchtlingszahlen sind aber mit dieser Neuanschaffung der Unterkünfte auf dem Gelände der ZABHVS nicht verbunden. Also es passiert keine Erhöhung der Flüchtlingszahlen, sondern eine Umsiedlung vom AWO-Wohnheim zur zentralen Asylbewerberheim hier in Eisenhüttenstadt. Aber es kann natürlich sein, wenn der politische Wille stärker wird, dass wir wieder dahin zurückkehren, wo wir 2015, 2016 waren. Und zwar auf dem Gelände der Unterschleuse, wo damals Zelte aufgestellt wurden. Könnte passieren, dass es da tatsächlich neue Kapazitäten geben könnte. Das ist aber, wie gesagt, noch nicht entschieden. Zudem auch in Frankfurt oder, denn da soll es auch eine Kapazitätserweiterung geben. Und da schalten wir mal ganz kurz ins Studio nach Frankfurt.